Ich wollte nur mal den Popschutz anrüsten. Warum auch nicht? Völlig normales Begehren. Der sitzt auch gerade vor dem Mikro, als hätte er noch nie ein Mikro gesehen. Als vermute eine Schlange hinter dem Popschutz. Ich hab mir jetzt den Popschutz angeschaut und der sieht ziemlich, ich sag mal aus wie dieses alte Flusensieb, so ein Waschbecken. Ich grüße euch. Ja, das ist viraler Content, könnte man sagen. Ja, der Klaus ist, wie man hört, immer noch leicht angeschossen. Ja, aber es geht, es geht, es geht, es geht. Ich sitze mir in der Nase. Gestern zum ersten Mal laufen gewesen, seit eh seit tausend Jahren wieder. Ja. Geht noch. Geht noch. Und wie weit bist du gekommen? Um die Halbinsel. Ja. Also jetzt auch ohne was noch zu machen. Ja gut, vielleicht auch, wenn man das erste Mal wieder losläuft und dann halt vielleicht anfängt zu spitzen und dann noch in der Regenerationsphase anfängt, vielleicht kalten Schweiß auf den Rücken und dann trainieren und sich wundern nächsten Tag, dass man weiterhin tot ist. Ja. Nee, dafür fühle ich mich ganz fit. Und jetzt ist der, wie es so ist, der Körper ist dann beschäftigt, den Schleim einfach noch so rauszupumpen. Bis dahin hat man das Zeug in der Birne. Interessant, ja. Und dann konsumierst du Ricola, wie ich sehe. Ehrlich, Ricola Honig Salbei kann ich nur empfehlen. Ja. Weil alle anderen Honig Salbei Bonbons sind ja nur Nachmachen. Richtig. Die haben es ja nicht erfunden. Und das waren die Altgenossen. Die Altergenossen. Und bei dir? Der guckt wieder so auf den... Ja, weil hier ist immer so viel. Hier fliegt immer so viel rum. Das ist immer wie so ein Wellensittich, den man in so ein Gehege mit neuen visuellen Eindrücken bringt. Du wusstest, also bei mir hat man relative Ordnung und Übersicht. Und hier ist jedes Mal das... Also er lebt in einem Wimmelbild, was sich permanent bewegt. Und das ist halt der Wahnsinn. Also ich könnte sie hier in die Ecke setzen und ich glaube, eine Stunde lang würde ich was entdecken und das war gar nicht langweilig. Also auch immer so volle Mülleimer, die man nicht versteht, aber ringsherum sich neuer Müll bewegt. Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, ein Teil des Mülls hat man eingefangen. Es ist gar kein Eimer, sondern es ist mehr so eine Falle. Und da ist der dumme Müll ist halt reingefallen. Der kluge Müll bewegt sich weiter Richtung Küche und Badezimmer. Ich sehe hier schon deine Intensiv von irgendwelchen sexy Christmas-Events. Schade, dass du nicht so die Tür aufgemacht hast. Ey, das T-Shirt ist ja auch schon 500 Jahre alt, oder? Das ist gut, ne? Das hatten wir doch alle schon mal an. Deine ganzen Damen, die hier rumsprangen. Die ganzen besoffenen Typen, die hier rumsprangen. Alle hatten halt dieses Shirt an. God is a DJ. God is sound. Ach so, is sound? Ach siehst du, ich habe einen Klassiker von dem, wie war das nochmal? God is sound. Ein T-Shirt, das ich glaube ich noch damals aus dem Fuck Fashion an der Schönhauser Allee gekauft habe. Also jetzt haben wir aber in den ersten fünf Minuten so viel Werbung rausgehauen. Ist gut, ne? Du möchtest eine Partei nennen, die du unterstützt. So ist es zur Weihnachtszeit. Ich unterstütze die AfD natürlich. Und Tierschutz. Für unseren nächsten Gottkaiser stellen, Friedrich Merz. Sehr gut, endlich. Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. So viel Handcreme hier. Es sind auch wieder, naja. Stimmt, du erinnerst mich daran. Ich habe meine Hände noch gar nicht eingecremt. Ja, sagen wir die Hände. Ja, ich bin ja auch immer, ich finde es immer toll, wenn ich die Nachrichtenübersicht so lese und immer so ungefiltert sehe, was Welt und Bild und Fokus halt so schreiben und wie die, äh, kannst du das nicht ausklammern? Wie aktiv, ne, kann ich nicht, aber ich finde es ja auch tatsächlich gar nicht, in der Zeit habe ich mich darüber aufgeregt, aber ich finde es gar nicht, nee, ich finde es gar nicht so schlecht, einfach zu sehen, was halt andere Leute an Nachrichten lesen. So, ich dachte aus einer und derselben Nachricht machen. Also ich muss es ja nicht, ja, das siehst du dann halt auch, wenn du, wenn es halt so einen großen Aufreger gibt, dann schreiben ja natürlich alle drüber, aber es ist, also es ist unglaublich, in was für einem Maße der Axel Springer Verlag sich halt vor die Automobilkonzerne stellt und, also es ist, äh, ja, lächerlich, also schon, es ist nur dieser, dieser typische Tenor der Neoliberalen, also die wollen uns ja alles verbieten, jetzt wollen die uns den Diesel wegnehmen, es ist, äh. Das ist schon ein AfD-Sprech, ne? Jetzt kommt, ja, ja, na klar, naja, das unterscheidet sich ja nicht, äh, da, äh, ob die, ob die Leute da von der CDU oder von der AfD, äh, ich meine die CDU ist da ja auch auf den AfD-Kurs eingeschwenkt, es gibt keinen Klimawandel, das sah ja auch mal anders aus, also die waren ja noch nie große Befürworter eines Umstiegs, aber auf der anderen Seite hat die, äh, CDU eigentlich auch nie behauptet, dass es keinen Klimawandel gibt, das, äh, das scheint ja jetzt auch, deren, wir haben den Trend ja auch erkannt, sich einfach dumm stellen, dachte Frank, sich dumm stellen geht immer. Ja, eigentlich biegen in die Richtung, die sie wählen werden, ne? Also, da sind ja komplett wirbellos unterwegs. Ja, ist ja auch, ist ja auch das Gute an der Demokratie. Ja. Die Leute bekommen die Regierung. Obwohl Demokratie auch so eine Sache ist, die jetzt auch nicht unbedingt Bestand haben muss, wenn du die ein oder anderen Gedanken damit hörst. Ja, ich, äh, ich weiß ja nicht, äh, de Platons Politeia ist ja so, das galt ja als das Grundwerk des Staates über Jahrtausende, wo er, ähm, die verschiedenen Regierungsformen in so einen Zeitlauf einteilt, die an der Zyklosis, und, ähm, da geht's halt auch nur von der Monarchie zur Tyrannei, zur Aristokratie, zur Oligarchie, zur Demokratie, zur Ochlokratie, zur Monarchie. Was ist die Ochlokratie? Die Herrschaft des Pöls. Da sind wir kurz davor. Ja, das ist halt eine Demokratie, in der halt die noblen Leute informiert ihre Entscheidungen zum Wohle des Staates treffen, und die Ochlokratie, in der die Leute halt uninformiert Entscheidungen zu ihrem eigenen Wohle treffen. Oder vermeintlich zu ihm. Ich saß auch neulich im Café, da hab ich so, äh, drei Leute reden, die auch so, ah, die ganzen Umweltsteuern hier und die ganzen Abgaben, das kann halt nicht, also, wir, der kleine Mann, so drei Handwerker, die da irgendwas um, da haben so eine Eigentumswohnung umgebaut. Wo ich auch dachte, ja, mag ja sein, aber auf der anderen Seite, wenn ihr, so wie ihr redet, CDU oder AfD wählt, dann wählt ihr ausgerechnet die Parteien, wo halt solche Steuern unvermeidbar sind, weil die sich halt strikt dagegen stellen, dass Konzerne oder Erbschaften oder Vermögen besteuert werden. Also, das ist ja die Alternative, das ist ja, das wandert ja alles in denselben Pool, und das muss ja in der einen oder anderen Form finanziert werden, und das jetzt noch abzuwenden ist teurer als mit den Folgen, äh, ist günstiger als mit den Folgen zu leben. Aber so gesehen ist es doch ganz smart, wenn du halt quasi irgendwie den Pöbel dazu aufbringst, quasi, äh, deine eigene Politik zu hassen, aber sie dir zu bringen, sie zu wählen. Weil sie nicht die Zusammenhänge sehen, und dann sagst du zum Schluss von wegen, einfach immer nur diese ganzen Pauschaldinger, äh, also sie sagen ja nur nicht mal was besser oder anders, sondern sagen immer nur, das ist scheiße. Aber dass sie sich dann quasi damit meinen, das ist ja, das ist ja total gut, dass sie das ausklammern. Ja, genau. Boris Johnson und die Tories hatten ja auch, ähm, ich glaube in 89 Prozent oder so plus minus, ähm, also über 80 waren es auf jeden Fall, Prozent ihrer, ähm, Claims, die sie auf Social Media in der Werbung gemacht haben, war Information entweder irreführend oder falsch. Trotzdem gewählt worden und dank Mehrheitswahlrecht mit beeindruckender Mehrheit. Und nur von Alten. Also unter, unter 24 hat kein einziger District, äh, Tories gewählt. Ne, ich meine, der Ursprung des ganzen Brexit-Wahnsinns wurde ja durch Alten, äh, ja, gewählt. So, also, das ist halt, äh, hattest du von Nico Semsrott damals diesen Spot gesehen, wo er meinte, man sollte auch kein Wahlrecht mehr für die letzten 18 Jahre seines Lebens haben. Ne, ich habe davon gehört, aber ich dachte, das wäre irgendwie ein, äh, Martin-Sonneborn-Ding gewesen. Nee, das war Semsrott. Okay. Naja, ich meine, das ist ja, ist ja in so vielen Dingen, wenn man halt einfach sagt, so von wegen, dass jetzt, ähm, körperlich als auch geistig abgebaut wird, dass man halt ganz klar merkt, wie groß der Schrei danach wird, zu sagen, äh, Entschuldigung. Das Geheimnis der CSU, ja. Äh, dass halt irgendwie Führerscheine abgegeben, beziehungsweise ab einem gewissen Alter halt einfach regelmäßige Tests vollzogen werden müssen, äh, und danach, ja, wird halt entschieden, ob oder ob nicht, sodass man halt nicht sagt, pauschal Schiss, sondern, und diese Tests könnte man dann halt auch im geistigen Sinn halt machen. Ja, das dafür, dafür bin ich ja sowieso. Aber gut, das hätte man auch am Anfang machen müssen. Also, ich meine, gerade halt zu sagen, äh, nur weil man wählen kann das allererste Mal, bedeutet ja nicht, dass man irgendwie maximal informiert ist, so. Also, in der Regel ist es schon mehr, dass halt die, die dann aktiv sind, auch, also die anderen sind eher so, interessiert mich nicht, blöde, bla, mach ich eh nicht, aber die, die dann aktiv sind, die haben dann meist auch ein bisschen, so, das ist ja wie in allen Bereichen, Ernährung, etc., wenn du darauf achtest, hast du meist auch einen größeren Plan davon, und, äh, ja. Ja, gut, na, die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Rentner wählen für Parteien, die ihnen die Rente kürzen wollen. Oder, wie in Großbritannien ausgerechnet, die Rentner, die so aufs Gesundheitssystem angewiesen sind, wählen für eine Partei, die das Gesundheitssystem abschaffen möchte. Ne, aber das Gute ist, früher oder später sind sie dann alle tot. Ja. Das habe ich so ein bisschen gedacht, als ich, äh, vor kurzem in der Sauna den ersten AfDler in der Sauna, äh, mitbekommen habe. Weiß nicht mehr, ob ich dir das erzähle, oder? Aus Hans-Georg Maaßen. Habe ich dir das erzählt? Ne. Okay, das ist halt irgendwie, äh, der irgendwie anfing rumzupöbeln und sagt von wegen, also fing halt erstmal an, äh, irgendwie so einen anderen, so einen Dauergast, sag ich jetzt mal, so die Zeitung zu mopsen, die lag direkt neben ihm und er meinte, äh, das ist meine Zeitung. Achso, ich lachte, hier liegen hier rum. Hier liegen nirgendwo Zeitungen, nur hier, wo ich sitze. Und dann hielt er die ganze Zeit die Zeitung fest. Ja, normalerweise, wenn ich irgendwo in der Sauna bin, dann liegen Zeitungen rum. Hier nicht. Ja. Und ging so ein paar Schritte zurück mit der Zeitung noch an der Hand. Und dann meinte der andere, wenn sie die jetzt lesen möchten, können sie die gerne haben. Wenn ich den Teil hier durch habe und den lesen möchte, dann würde ich ihn gerne wieder haben. Äh. Und er hat sich langsam hingesetzt, so. Und so fing das Ganze an und dann, das ging gerade, als die ganzen Traktoren nach Berlin kamen, um zu demonstrieren, äh, dass halt die Bauern unterjocht werden, bla, bla, so, ähm, und, beziehungsweise die ganzen, ähm, Agrarwirtschaftsunternehmen. Und, äh, ja, da fing er halt dann auch so, von wegen, haben sie mitgerichtet hier, die ganzen Bauern kommen nach Berlin, bla, und dann, da hast du schon gemerkt, eine Bewegung, die ich seit Jahren in der, äh, in der deutschen Migrationspolitik beobachte. Und, äh, da hast du schon gemerkt, der hat schon irgendwie was auf der Pfanne, der will halt irgendwie, der hat Feuer, der will halt irgendwas loswerden. Und dann guckt der andere nur auf und meinte, ja, können sie auch machen. Und so, okay, so. Ja, genau. Und dann ging es halt los von wegen, dass halt, äh, die deutschen Bauern halt unterjocht werden, dass deutsche Fleisch halt irgendwie klein gemacht wird, bla, bla, und solche Sachen. Und, äh, dann ging es halt, deswegen ist er auch mit seinem Kollegen, der die ganze Zeit wie so ein schweigender, äh, äh, wer ist unser, äh, ähm, äh, Verkehrsminister? Scheuer. Genau, Scheuer, der hat doch immer früher immer so. Andi B. Scheuer. Hat doch immer gruselig im Hintergrund nur gestanden. Ja. Mit seinem ekligen, also die ganze Zeit auf, äh, fand ich immer so ganz, und so war der andere halt auch. Der wirkt jetzt nicht von wegen, oh, ist mir unangenehm, sondern er wirkt ja einfach nur eklig passiv die ganze Zeit. Und dachte so, oh, und, äh, dann fing er halt an von wegen, ja, die da oben, die wollen ja halt immer uns unterjochen, bla, bla, und deswegen sind die jetzt mal hier, weil es ja nur eine Partei gerade gibt, und das ist die AfD, und dann habe ich schon geguckt, und dann, ähm, äh, meinte er von wegen, ich musste jetzt hier mir meinen Diesel verkaufen, weil ich ja sonst nicht mehr nach Stuttgart komme, und dann meinte der andere Typ, dem die Zeitung geklaut wurde, ja, selber schau, was, ja, in Stuttgart wohnen, ja, aber das ist ja meine, das ist ja meine Herkunft und sowas, ja, Karriere hat nichts für, so, und, ähm, dann hat er so ein Totschlagargument gebracht, so von wegen dummes Stuttgart, so, und dann war es für ihn gleich wieder so, äh, obwohl er ihn damit nur provozieren wollte, und ich habe so gesagt, Alter, im Endeffekt sind wir gerade hier in so einem Bereich, wo man so zwei, drei Worte verliert und einfach nur die Klappe hält, und dann bin ich halt aufgestanden, äh, weil ich wollte dem halt auch nicht anfeuern, ich habe halt auch, also es war so der Moment, wo du überlegst vom Ding, steig mit ein und sagst vom Ding, das ist totaler Schwachsinn, wohin geht's denn? Nein, also die Reise, weil sie gesagt haben, die da oben wollen ja nur, und Merkel will ja nur, und dann habe ich gesagt, also die Idee des Ganzen, was er formuliert hat, waren ja nur, die wollen nur wegnehmen, weil die wollen wegnehmen, so, und da habe ich gedacht, also das ist ja halt auch so geil. Vor allem, äh, dieses, dieses, äh, dieses, äh, die wollen uns alles verbieten, ja, ich darf sie jetzt auch nicht zur Raison ohrfeigen, weil es mir verboten ist, ist halt ein Gesetz, sobald ein Verbot irgendwo durchgeht, ist es ein Gesetz, und da müssen die Leute sich dran halten. So, Punkt, es ist mir auch verboten, den Panzer durch Berlin zu fahren. Warum? Warum, Dirk? Ich wäre, das wäre perfekt für uns alle, wissen wir. Ja, aber die da oben verbieten mir, den Panzer zu fahren. Spasten. Obwohl, wenn ich überlege, man darf auch nicht auf dem Bordstein Fahrrad fahren, und das ist ja Volkssport, deswegen kannst du eigentlich mit deinem Panzer auch fahren. Ja, eben, eben. Und dann hast du genau das gleiche Argument, wenn es heißt, hier dürfen die nicht langfahren. Ja, aber, äh, hier die Frau mit dem Fahrrad, oder was? Ja. Ja, whataboutism. Schönes, äh, schönes Wort für dieses, äh, Reflektieren von irgendwelchen Schuldzuweisungen. Ja, aber, äh, was ist denn, äh, mit den ganzen Veganern, die Sojabohnen importieren, ja? Nur darf ich mir doch wohl noch acht Kilo Schweinefleisch im Orgensatz Gesicht drücken. Das ist zum Beispiel auch dieses Argument von wegen, äh, wer Sojaprodukte frisst, der unterstützt ja den, äh, Abbau des Regenwaldes. Das hatten wir ja auch schon, das ist ja auch schon so ein pauschal, äh, Fleischfresser-Argument. Ich muss sagen, da habe ich das, also ich habe das immer nur so irgendwie aus der Ferne, keine Ahnung, so am Rande mitbekommen und es ist wirklich in meinem Kopf passiert, dass ich vor der Milchstand gesagt habe, okay, Sojamilch darfst du ja nicht nehmen, weil das ist ja scheiße. Ja. Und, äh, und, äh, das fand ich echt gruselig, dass das wirklich wirkt dann teilweise bei mir. Und dann habe ich halt dann, äh, letztens erst mitgekriegt, dass, äh, 97 Prozent, äh, Sojaanbaus weltweit halt nur für Fleisch, also nur für Tierprodukte oder Tierzucht halt draufgehen. Genau. Und das halt gerade im Regenwald, wo halt alles angebaut wird, sowas, diese, diese Sojabohnen, die halt ausschließlich für Tiere, Tierprodukte und Tiernahrung halt draufgehen äh, und dürften gar nicht im deutschen oder europäischen Raum für beispielsweise Tofe, Zettore genutzt werden, weil das halt alles genveränderte, äh, Sojabohnen sind. Und die, äh, können halt im Fleisch nicht nachgewiesen werden, aber halt in Sojaprodukten halt schon. Und das ist halt nicht erlaubt. So, also da gibt es ja halt dann immer die einzelnen, äh, Auflagen, bla, bla. Und dass, äh, der meiste, also das meiste Soja, was wir halt irgendwie konsumieren, tatsächlich in Europa sogar mittlerweile sehr stark halt in Deutschland halt angebaut wird. Aber ich habe gesagt, wie sich das so giftig im Hinterkopf, also ich habe das noch nicht mal nachgeforscht, sondern irgendwie aufgesogen und habe gedacht, oh, da musst du die Fresse halten, weil das ist ja, und da habe ich erst, als ich das letzte gelesen habe, dachte ich, oh, scheiße, ey, dass dich das auch irgendwie so packt mit solchen dummen Infos. Äh, wie gesagt, also weil das ist ja jetzt so ein doppeltes, naja. Ja, aber die Leute, die hängen dann halt da so drin, ne. Ja, aber ein moderner SUV, der verbraucht ja viel weniger Sprit als ein Kleinwagen von vor vier Jahren. Die verbrauchen gar nicht so viel. Außerdem, mir, ich persönlich, ich brauche halt den Platz und ich, die hohe Sitzposition, also habe ich eine totale Übersicht. Haben ja auch jeder, also hat ja auch jeder. Ja. Also es ist halt auch dieses, äh, es wird ja auch dann immer ganz fies entschuldigt machen, die anderen ja auch. Und das ist so, ähm. Ja, du hast fast eine Million, über eine Million SUVs zugelassen im letzten Jahr. Genau. Da haben sie die Marke endlich geknackt. Und, ähm, ja. Ich meine, 27 Prozent an der Neuzulassung oder so? 33. 33. Ja. Also, ähm, das war halt ja irgendwie vor zehn Jahren war es irgendwie sechs Prozent und gilt als so Marschen, äh, Nischending, ähm, weil das halt auch noch einherging mit wirklichen Geländewagen. Ja. Das ist halt auch, dass halt irgendwie 70 Prozent der SUVs ja nichts Geländetaugliches haben. So, die wirken so mit manchmal einem höheren Radstand, aber bei lustigen Tests und sowas beweist es ja, wenn du da halt einfach mit 50 über den Acker fährst, da gehen halt sieben Lampen an, das Ding stellt sich lahm. Weil sie sagen von wegen, Alter, dafür nicht gebaut, dafür nicht gebaut. So, das ist hoch, das ist teuer, das ist laut, das kann Bordstein hochfahren und dann war's das. So, und dann denkst du dir, für was ist das konzipiert? Also von einer Größe. Bequem durch eine Familie durchfahren. Ja, das stimmt. Also, du merkst halt nicht, wenn du halt mal ein Kind tot fährst und sonst was hast, das stört dann nicht mehr. Im Gegensatz so, das ist ja halt auch so bizarr, dass sie sagen von wegen, ja, ähm, in Deutschland sind ja diese genannten Kuhfänger verboten, äh, weil die sind ja dann halt sehr, sehr tödlich. Wo du denkst dir, aber weniger, also ohne das Ding nicht, oder was? Also, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, wenn ich mit einem Q7 halt irgendwie, äh, gegen Familienvater knall, dann ist es, hat er eine größere Chance, weil er keinen Kuhfänger an die Stirn kriegt. Ja, das Gute ist ja, der kann da dann bequem, der kann da bequem unter das Fahrzeug rollen. Ja. Und es trifft ihn nicht. Nicht wie bei anderen Fahrzeugen, wo du gefährlich über die Motorhaube rollst. Ja, das würde ich auch mal behaupten, dass das halt mit dem Radstand und sowas oder Höhe, dass du halt locker irgendwie an die Kardanwelle zerfetzt wirst, wenn du da einmal durchgezogen wirst. Ja, aua. Das ist, äh, aufgrund der Muscheln, die sich so an so einem Bootsrumpf festsetzen, auch kein reines Vergnügen. Aber wir sind gerade wieder schön in so einem Aufregerthema. Ich schätze mal, du hast auch so ein Aufregerthema mitgebracht. Ne, hab ich überhaupt nicht, aber ich, äh. Du Arsch! Aber ich glaube... Was ist denn das an Nase? Das ist ein geiler Hut da oben. Er fasst sich an die Nase. Was? Auf dem alten, äh, Militärhelm ist halt irgendwie so ein Strohhut, so wie Blume küsst Waffe. Hm. Jetzt, wo du es sagst. Ist hier ein Wimmel, du weißt selber nicht, wie sich das Bild hier verändert, oder? Nee. Ist das deine alte Judo-Hose? Ja. Die hat mein Lila denn, wo es da... Oder warst du bei den Violetten? Nee, die ist blau. Ja, aber nicht von mir. Also die war, ja, die war mal blau. Ja, wollte ich gerade sagen. Die, äh, die weiße und die blaue Jacke, die da noch hängen. Und natürlich hatte ich zur blauen Jacke auch eine blaue Hose. Ähm, die hat nur halt über die Jahre, die ist ja auch schon ein bisschen betagt. Aber die gehen ja nicht kaputt. Ja, die hat ihre Farbe verloren und irgendwann, äh, als Kind brauchst du ja so jedes Jahr einen neuen Anzug, weil du wächst. Ach, das ist das, was Kinder so komisch machen. Aber irgendwann hast du ja deine Körpergröße erreicht und, ne, wenn die Hose nicht kaputt geht, wird, äh, was willst du denn noch machen, ne? Und ich hab die noch dann, äh, wenn ich die Choreo-Kurse an der Schauspielschule gebe. Aber original jetzt von der Farbe, könntest du bei den Violetten irgendwie Flyer verteilen? Ja, aber sehr, äh, sehr gedeckter Violetter, also. Ja, aber ich glaube so, die kräftigen Farben, da wird dann schon gefragt, mit was hast du gefärbt, du? Das ist jetzt nicht unser, also. So, und da ist dann schon, ist einer von uns. Ich weiß gar nicht, was das für eine komische Stimme das war. Wieso liegen hier eigentlich, äh, Lebkuchen? Requisiten. Ja. Was ist denn deine Frage, Klaus? Dirk, wir haben ja schon erfolgreich das Ende von Game of Thrones vorhergesagt. Haben wir? Ja. Was war das Ende? Ähm. Keiner kommt auf den Thron. Aber das hast du gesagt. Ich hab ja gesagt. Der Thron geht kaputt. Das hab ich tatsächlich gesagt, glaube ich. Das klingt nach mir. Ja, du hast aber auch, glaube ich, gesagt, keiner und der Thron wird zerstört. Ja. Und die beiden Macher der Serie verlieren ihren Star-Wars-Vertrag. Auch das hab ich vorher gesagt. Echt jetzt? Ich hab gar nicht gewusst, dass die beiden Macher irgendwas mit Star-Wars zu tun. Scheiße, Star-Wars ist raus. Wir reden jetzt über Star-Wars. Das ist die Überleitung, ja. Ich hab doch keine Ahnung, was jetzt sagt irgendwas und ich... Das ist richtig schwer. Legst du bitte den Nicer Dicer weg? Ach, das ist ja wirklich einer, ne? Das ist wirklich der Nicer Dicer. Das ist für die ehemalige Mitbewohnerin von Dortmund? Ne, für eine Freundin von ihr. Also die ehemalige Mitbewohnerin von Dortmund ist keine Freundin. Sie hat keine Mitbewohnerin. Was da drin ist, weiß ich nicht. Ist da aber was drin? Möglich. Möglich. Ich weiß es nicht. Da kann alles drin sein. Ich würd sagen, irgendwas Tupperwarenähnliches. Ich hätt' gesagt, das ist ja ziemlich sicher irgendein Amazon-Paket da drunter. Ja, das stimmt. So einen Barcode kannst du ja noch durchscannen. Was wahrscheinlich irgendjemanden zurückschicken. Das ist wahrscheinlich irgendwas zum zurückschicken. Naja. Ich dachte, das hat Dortmund verpackt. Ja. Aber das wird ja irgendwo ein Amazon-Paket gefunden haben. Dieses Leben hier in dieser, diesem mobilen Biwak. Dirk, wie geht Star Wars aus? Ich weiß ja gar nicht, wie es anfängt und wie es vorher war. Was fragst du mich denn, ey? Gib uns mal eine Zusammen... Wie Ende Pi. Genauso würde ich sagen. Gib uns mal eine Zusammenfassung von dem, was du noch von Star Wars weißt. Also es gab drei Teile und dann hört es auf. Bums. Und dann haben sich in den 90ern entschieden, ja, wir pimmeln noch drei vorige Teile raus. Wo wir halt den kleinen Anakin mal zeigen, wie er halt zu dem Luke Skywalker wird, wie er im Endeffekt geworden ist. Und diese Übergänge wurden mit einem Bantapudu-Futter und zwischendurch gab's ein Racer. Es ist so erstaunlich, dass du dich unter dieser gröbsten aller Zusammenfassungen an Bantapudu erinnerst. Ich bin noch nicht fertig. Lass mal die Macht mit mir erstmal sein. Also. Das waren doch so zwei Königskinder. Die wurden doch irgendwie getrennt. Weil der eine, sie, ist doch hier, die du scharf findest. Die hier Dying Swarm gemacht hat. Und Renault der Profi. Oder war es Peugeot? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, es gibt irgendeinen Autohändler in Deutschland, der Renault der Profi heißt. Ich google das mal kurz. Es gibt ja hier auch schon Fritz, den Ford-Händler. Der macht das wie aus einem FF. Niemand? FF, Fritz, Ford. Schreibt man das nicht aus FF normalerweise? Ja, mit E und Doppel-F. Nee, wirklich? Ja. E-Doppel-F, E-Doppel-F. Aber ich hab doch irgendwie auch mal gesehen E.F. Also F.F. Ich werd's sagen, Renault der Profi. Schreibst du es doch noch richtig? Ja, sicher doch. Ja, ich erzähl mal weiter. Nee, nee. Und auf jeden Fall gibt's ein Autohändler namens Fritz in Dortmund. Das hab ich, glaub ich, mal gesehen. Weiß ich nicht. Und dann ist hier die, wie gesagt, wie heißt sie denn? Ich weiß auch gar nicht, ob du das chronologisch gerade erzählen willst oder in der Reihenfolge, in der sie gedreht wurden. Weiß ich nicht. Und dann war halt auf jeden Fall die, die Klaus so scharf fand, die dann halt gedubelt wurde von sich selber. Oder in der kleine, der kleine Anakin. Die wurde übrigens gedubelt von Keira Knightley. Bekannt aus Flucht der Karibik. Ah ja. Und dann der kleine Anakin, der halt irgendwie sechs war, hat sich in eine 26-Jährige verknallt und hat sie dann natürlich, als er zwölf war, gepimpert. Da war sie dann halt schon 32 oder so. Das ist doch gar nicht logisch. Und dann hat dann sie, wahrscheinlich bekennende Pädophile, gesagt, heu, joi, joi. Und dann wurde, genau, das ergibt ja alles Sinn. Weil dann wurde er zu alt und sie hat gesagt, iss nicht mehr, weil du bedienst nicht mehr mein Fetisch, er wurde sauer, hat Atemprobleme bekommen und wollte das ganze Universum unterjochen. Bums, jetzt haben wir es mal richtig zusammengefasst. Nicht hier mit Sith Lord, Dragon Captain Fear und so. Und zwischendurch gab es noch diesen Typen, den 2-Meter-Typen mit den langen Schlappohren. Der hat eigentlich unter Wasser gelebt. Und du erzählst nur irgendwas von den Prequels. Das ist allein das. Ich bin noch bei den Prequels. Also erzählst du es doch chronologisch. Ja, selbstverständlich. Und dann später wurde nämlich der Luke Skywalker von Baby Yoda ausgebildet. In den Sümpfen von Mordor. Nicht von Baby Yoda, sondern vom echten Yoda. Baby Yoda ist jemand ganz anderes. Aber ist gar nicht Yoda ein Jung? Nee, ich glaube nicht. Wieso denken, darf man das denn Baby Yoda nennen? Vielleicht ist das auch der wiedergeborene Yoda. Ja, jedenfalls wurde er dann ausgebildet. Dann gab es irgendwelche Föderationsprobleme und irgendwelche großen Handelsgespräche, wo unter anderem auch E.T. mitgemacht hat, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Haben sie doch gezeigt. Da war doch E.T. auch irgendwo. Haben sie doch gezeigt. Hier bei Galileo. Galileo deckt auf. Die wollen doch nur, dass wir das nicht glauben. So ist das nicht. Die da oben im galaktischen Senat. Oh genau, der galaktische Senat. Ich halte das hier auch gerade ein bisschen komisch, das Mikro. Ja, es wird nicht benotet. Also du kannst dich entspannen. Ich versuche das gerade zusammen zu kriegen. Und dann hat nämlich der Alte, der gesagt hat, da wollen wir doch mal wissen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. Als sie den Roboter staubsauger... Hat es jemand zu dir gesagt im Kino? Das ist ein ganz bekannter Satz, der wurde schon tausendmal wiederholt. Da wollen wir doch mal sehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. Als dieser kleine R2PO, R2-D2, wie heißt er denn? R2-D2, da halt über die Wüste, so unnötiges, also drei Räder über die Wüste. Das war doch klar, dass das Ding öfter mal hinfällt oder kaputt geht. Also mein Room war ja schneller in der Wüste und würde die Wüste auch ein bisschen durchkämmen, wie bei Spaceballs. Hier ist es nicht mal scheiße, Sir! Ich vermengelte Spaceballs. Gab es den Möter eigentlich auch bei Space... Star Wars? Das ist Chewbacca. Ah, okay, ergibt Sinn. Stimmt, Chewbacca war ja auch noch da, aber dieses nervige... Mir ist vollkommen egal, ob du einen zweiten Schraubenzieher zum Geburtstag willst, Chewie. Dann gibt es sowas wie, ich brauche den Hyperschraubendreher in der Originalversion. Naja, und dann hat irgendwie der Darth Vader gespielt von einem englischen Vorstadtpumper. Jetzt kommen wir zu den interessanten Informationen. Der bis zum Schluss, also zum Schluss durfte er dann in der finalen Kampfszene, wo es dann halt darum ging, die Maske abzureißen und zu spielen, durfte er nicht mitmachen, weil er parallel gedreht hat. Und dann hat er sich bis heute aufgerechnet, dann gibt es Dokus drüber und heißt von wegen, er war nicht der Echte, obwohl es von Anfang an klar war und im Vertrag stand, dass er halt nur der Typ ist in dem Anzug, weil er groß und stark ist, aber halt nicht spielen kann. Und dann hat er halt für Milchprodukte und für Kinder in der Schule irgendwie Werbung gemacht in Bristol oder so. Und seitdem ist er da so ein lokaler Held. Kinder, geht zur Schule, dann könnt ihr eure Verträge richtig lesen. So, genau, wahrscheinlich ist das wieder der Kreis, den wir jetzt hier auch schon wieder schließen. Ja, und dann wurde zwischendurch, wurde nämlich der coole Harrison Ford, Indy Jones als, das ist der Skywalker, ne? Nein, das ist der, der hat aber auch einen coolen Namen. Han Solo, Hansa Plast Solo. So, und der wurde nämlich in, äh, in, 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 in Synchryogenischen Schlaf geschickt, weil er seine Schuld nicht bezahlt hat. Bei dem Pizza-Monster. Das Pizza-Monster war, glaube ich, auch aus Spaceballs, sei aber die Adaption von Bantapudu-Typen, ne? Von diesen Dingen, wabba-jabu-gabba. Ja, das ist, äh, Jabba-the-Hut und ich glaube, der Witz ist im Original Spaceballs Pizza-the-Hut. Okay, ja, dann funktioniert's auch ein bisschen, ja. Ähm, ja, und dann gibt's diese ganz bekannte Kneipe, wo sie halt die Shuffleboard spielen, wo diese ganzen tausend Figuren auftauchen, wo sie immer dann halt irgendwelche obskuren Händler treffen und, äh, Han Solo dann mit seinem... So, wieso spricht der wie so ein englischer Landloch? Alec Guinness. Der spricht so? Der sagt das, ja. Okay. Äh, ja, und... Ich finde sie ein bisschen, ähm, naja, und da haben sie auf jeden Fall, hatte ich damals nämlich, äh, die Szene noch gar nicht gesehen und als Kind irgendwie auf dem C, nicht C, Kind, ja, doch, Kind, Anfang 11 oder so was, ähm, auf dem C64 hab ich nämlich so ein, so ein Spiel gespielt, das hieß irgendwie Space Shuffle, bla, 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 keine Ahnung. Und da hast du halt nur dieses Shuffle-Ding gespielt und vor dir waren halt tausend komische Eldians und ich wusste immer nicht, ich dachte, das wäre ja halt im Spiel gebastelt, bis ich später gemerkt hab, Alter, das ist ja aus dem Film hier, wie heißt der denn gleich? Wir haben den ganzen Film um dein Lieblings-Shuffleboard-Spiel vom C64 gebastelt. Wahnsinn, was für ein Aufwand, aber haben sie gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Originale irgendwie heißen, ich glaube genau, war es nicht, dass irgendwie Anakin Kinder kriegt und die dann wurden getrennt, das eine kam in die Wüste oder ist das der Anakin selber gewesen? Verdammte Scheiße, ich, naja, und jedenfalls waren dann halt sechs Teile um, zum Schluss haben sie dann halt irgendwie gefeiert und dann hat dieser komische Zungentyp, der nie wieder auftauchte, wahrscheinlich auch irgendwas verloren. Zwischen, ah, genau, und dann gab's dieses Ewoks, die... Der Zungentyp? Ja, der, der, ähm, mich für nicht verarschwoben und hat auszusehen dann mit der Zunge an dem Taser geleckt. Oh, jetzt haben wir für ein paar ganz schöne Probleme. Und dann hat der Typ aus, äh, 96 Hours, Taken 2 oder sowas, hat er dann halt... Du springst aber jetzt auch wieder zurück zu den Prequels. Also ich will ja nicht viel zwischenfunken, weil deine, äh, Star Wars-Erklärung spot on ist. Spot on ist doch auch dieses, äh, auf den Punkt. Aber ist das nicht auch dieser, dieses, ähm, wie heißt es, dieses Port, Portal für Schauspieler in Großbritannien? Das ist Spotlight. Ach, ficken. Ja, aber das ist dichter dran als deine ganze Star Wars-Erklärung. Was? Also bitte, da sind viele Punkte, die brutal... Da gab's auch diese Ewoks, das sind wie große Critters, die auf dem, ich glaube sogar, Ewok-Planeten leben. Ja, ähm, bekannt dafür, dass George Lucas, als er die Filme digital überarbeitet hat, eingefügt hat, dass sie blinzeln. Ah, ja. Ach du Scheiße. Ja. Und, äh, gab's die nicht auch bei der Star, bei dieser komischen Dings-Verfilmung Krull? Oder gab's eine eigene Ewok-Verfilmung? Es gab einen eigenen Ewok-Film. Okay. Caravan of Courage. Aber nicht Caravan of Love, oder? Nein, das ist ein anderer Film. Das ist sogar ein Lied. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Originale enden. Jedenfalls gab's danach, ich glaube, dann gab's halt irgendwie diesen Verkauf der Rechte und dann hat den Disney gekauft, ist das so? Und Disney hat gesagt, wissen wir was, wir machen das wie eine gute amerikanische Serie, diese wundervolle Filmreihe schlachten wir jetzt aus, bis sie tot ist. Wir machen mit Merchandising Milliarden jedes Jahr und jetzt sind wir sowas wie Coca-Cola und werden... Star Wars hat mit Merchandising schon immer Milliarden gemacht. Ja, aber ich meine jetzt... Hat Star Wars ein Merchandise gemacht. Was unterbrichst du denn mich jetzt? Entgegen, ich streue nochmal ein paar Fakten ein zwischen deiner Erklärung von Star Wars. Du ergänzt nun mal eine Erklärung. Dass Harrison Ford nicht gestorben ist in der Original-Trilogie, ist nur, weil George Lucas Angst hatte, dass die Verkäufe von den Hans-Ole-Figuren dann einbrechen würden. Siehst du? Ja. Jedenfalls wird es jetzt halt ausgepeitscht bis in alle Zeiten. Und jetzt gibt's, glaube ich, Teil 17 und ich hab keinen Plan mehr, worum's ging. Ist es überhaupt davor oder danach dem Original? Das weiß ich jetzt auch nicht. Nach dem Original. Nach dem... Nee, ich meine, weil die ersten Teile, die dann kamen, nach dem Original, waren davor. Genau, das sind die Prequels und jetzt kommt quasi die Sequel-Trilogie. Und dann jeden der drei Teile oder ich weiß nicht, ob's jetzt immer in drei gefasst wird, wird dir halt immer erzählt, vor 120.000 Jahren, als der große Kampfkrieg der Klombombis waren und sowas. Und deswegen haben die ja immer wieder eine Tür geöffnet, dass halt irgendwann jetzt die drei Klombombis-Teile oder so. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch die gleiche Sache, dass sie sagen, naja, aber im Original haben sie ja schon gesagt, wenn das so weitergeht, dann könnten hier mal die Zimbronen angreifen und jetzt ist der große Zimbron-Krieg. Also erstens hast du Glück, der Teil, der jetzt im Kino läuft, der schließt die ganze Saga jetzt ab. Wie, dann ist Feierabend für immer? Dann ist erst mal Feierabend. Oh, erst mal heißt so... Das ist doch das Weihnachts-Special nicht. Eigentlich war tatsächlich das Weihnachts-Special von Star Wars, solltest du dir übrigens unbedingt ansehen. Ja, es gibt ein Star Wars Weihnachts-Special, legendär, weil Mark Hamill kurz davor seinen Autounfall hatte. Er spielt Luke Skywalker und mit zwei Zentimeter dickem Concealer überschminkt wurde, um die Narben zu verbergen und er sein Gesicht nicht richtig bewegen kann. Carrie Fisher... Das ist ein bisschen wie Inge am Tresen, weil er schon rasiert war. Carrie Fisher, die Prinzessin Leia spielt, ist voll besoffen, das ganze Special über und hält sich zwischendrin immer an den Tischen fest, wenn sie aufsteht oder sich bewegen muss. Und Harrison Ford, sein ganzes Leben und seine Karriere rauschen an ihm vorbei, wenn er in einer Nahaufnahme zu sehen ist. Was ist denn das? Ist das überhaupt ein Film? Nee, das ist so ein Made-for-TV-Special. Das ist so ein bisschen wie so Show-Einlagen aus 70er-Jahre-Talkshows. Und es ist bizarr. George Lucas hat darüber einmal gesagt, wenn er könnte, würde er jede einzelne Kopie von dem Weihnachts-Special auf VHS kaufen und vernichten. Naja, genau, Disneys Plan war es eigentlich, jedes Jahr einen neuen Star-Wars-Film zu veröffentlichen. Also nicht unbedingt aus der Main... Kurze Frage. Also ich habe ja quasi dann sechs gesehen, beziehungsweise vermutlich auch einen siebten. Das war mit dieser jungen Frau. Genau. Und dem schwarzen und wo James Bond eine Nebenrolle gespielt hat. Ja. Angeblich, da gibt es immer noch... Wieso, man hört ihn doch sogar, ist doch seine Stimme oder nicht? Ja, aber ob er das dann tatsächlich in dem Anzug ist, ist das so eine andere Sache. Ach so, du meinst, dass er einfach nochmal kurz gesagt hat. Ja, Tom Hardy war wohl auch irgendwie beim The Last Jedi dabei. Aber wenn Daniel Craig kommt, Hardy hört, dann sagt er, das mache ich, das mache ich. Komm, wir machen noch einen. Ja, wahrscheinlich. Diesmal ohne Maske. Oh Mann. Aber waren das wieder drei oder war das offen? Ja, das ist jetzt neun, der jetzt im Kino ist. Also sieben, acht, neun. Und dann ist Schulz. Mit der Mainline erstmal, ja. Das heißt, es können jetzt so Han Solo, der Film, rauskommen. Der kam ja schon raus vor ein paar Jahren. Hä? Also unabhängig von der Star-Wars-Reihe gab es schon einen Film Han Solo. Ja. Privat und angezogen. Solo. Der hat das übrigens beendet, dass wir jedes Jahr einen Star-Wars-Film bekommen, weil er so eine Katastrophe war. Ach, zum Glück. Ja. Wenn er das jetzt abschließt, dann würde ich es mir, glaube ich, auch nochmal anziehen. Ich persönlich mag ja Rogue One ganz gerne. Rogue One ist das nicht wie eine Sportmark? Nee, es gibt, es gab, also wie gesagt, eigentlich war Disney's Plan, jedes Jahr veröffentlichen sie irgendeinen Film aus dem Star-Wars-Universum. Und mit Rogue One haben sie angefangen. Der war, ja, umstritten. Aber das war doch der mit der Frau. Rogue One hatte auch eine Hauptdarstellerin, ja. Das auch? Wo sie, naja, die Mainline-Star-Wars-Filme, 7, 8, 9, haben Daisy Ridley als Hauptdarstellerin, die ein junger Jedi ist. Das war auch eine Britte, ne? Genau. Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie die aus Rogue One heißt, die Schauspielerin. Also Rogue One ist auch wieder kein offizieller Teil, sondern wie so eine Nebenpimmel. Genau, bei Rogue One stehen sie vor dem Original, vor dem ersten Original Star Wars, die Pläne des Todessterns. Das heißt aber nach dem dritten Prequel. Nach dem schränklichen Prequel, ja. Und der spielt wirklich unmittelbar vor dem ersten Original Star Wars. Der ist unterhaltsam, weil der... Du brauchst ja mindestens eine Broschüre, wenn du die Dinger siehst. Eigentlich, also wenn sich Zwölfjährige das merken können. Ja, aber es sind auch Freaks. Zwölfjährige sind alle Freaks. Die Mainline-Filme sind aber auch alle nummeriert. Also das sollte dir allein schon einen Indiz für die Reihenfolge geben. So. Und Solo hat das auf jeden Fall beendet, dass Disney ja jedes Jahr einen veröffentlichen möchte. Was ist denn eigentlich überhaupt deine Frage? Wie es ausgeht? Ach so, hast du schon gestellt. Siehst du, ich bin schon wieder... Dirk ist ganz rot geworden im Kopf von seiner ellenlangen Erklärung. Was ist denn Star Wars bisher passiert? Da sind wir immer noch nicht bei den Neuen. Hast du einen von den Neuen mal gesehen? Ich hab doch gesagt, eine Frau spielt mit und ein Schwarzer und... Ja, also das ist doch... Das sagt ja wohl alles. Die kleine Britin, die so krass kämpfen kann und den Schwarzen, die sich fälschlicherweise als irgendwas sieht und der nicht sagt, nee, das bin ich nicht oder so. Und ich glaube, den habe ich gesehen. Ah, The Force Awakens. Also der siebte. Ja. Und jetzt ist der neunte raus gerade. Und ich glaube, dann fehlt mir halt... Fehlen dir nur zwei. Einer. Den achten habe ich ja nicht gesehen. Ja, der fehlt dir. Ja, und der neunte, der kommt ja gerade raus. Ja, aber da reden wir ja darum, wie das ausgeht. Ja, aber sind... Wenn wir den schon gesehen hätten, wäre das ziemlich langweilig. Es sind dann trotzdem zwei, die mir noch fehlen. Ja, wenn du den jetzt mitzählst. Ja, sehr verständlich. Hier geht es doch gerade um den. Ja, aber wir reden ja darum, wie es endet. Ja, aber das weiß ich doch vorher nicht. Du musst mich mal auf den Punkt bringen, was denn irgendwie nochmal in den siebten passiert ist, in den achten, weil das habe ich ja nicht gesehen. Was war das Ende nochmal vom Original dritten? Vom Original dritten? Sie zerstören den zweiten Todesstern. Es gab zwei Todessterne? Ich dachte, es gab im ersten einen Todesstern. Zwei, diese wahnsinnigen... Der dritte ist Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, genau. Und da bauen sie einen zweiten Todesstern. Wo sind die denn im zweiten hingegangen, dass sie wieder zurückkehren? Ne, die sind ja alle... Der erste ist der Todesstern. Ja. Der zweite ist... Der zweite ist Han Solo, wird eingefroren. Nein, nein, wie der heißt. Das Imperium schlägt zurück. Ah. Imperium ist... Die Bösen. Böse. Ja. Wollte ich gerade gut sagen, aber das ist böse. Ja, klassisch gute Konnotation, das Imperium. Das römische Imperium. Die Rechte sind nicht verkehrt bei Command & Conquer. Ja. Da spielt der Erfinder, was ja wiederum gut ist, weil es der Erfinder ist, spielt den Kane. Ja. Der ist sympathischer als dieser komische Devin Miles in Jung. In so einem schlechten grünen Militäranzug. Ich glaube, man kann sich ja die Cutscenes von Command & Conquer auf YouTube ansehen. Echt? Ja. Ja, das war leider aus einer Zeit, bevor Schauspiel erfunden wurde. Deswegen sage ich ja... Ja, weil der Chef nicht spielen konnte, aber wusste ganz genau, wie er meinte, sich zu präsentieren. Und der andere war halt einfach so ein Devin Miles für Arme. Und der war halt ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Alles klar, sei gut gemacht, Kollege. Aber jetzt musst du alleine kämpfen. Schon klar, Chefchen. Netter Blechhaufen. Was für eine... Das hätte ich gerne synchronisiert. Da hast du dich ja damals als Teenager kaputt gelacht, oder? Wenn der was gesagt hat. Hast du, der hatte was gesagt? Und er hatte so drei Punkte gehabt, die sich bewegt haben. Ich konnte ja auf meinem Rechner nichts erkennen. Ich dachte immer so, okay. Und dann konnte der, glaube ich, snipern oder so. Oh. Umgekippt. Der andere Punkt ist tot. Ja, aber nicht, dass wir schon wieder verlieren, wo wir gerade waren. Also der zweite wurde vernichtet. Der Todesstern sollte generell Planeten oder einen Planeten zerstören? Generell Planeten. Ja, also böse, böse, weil der nimmt alles kaputt. Ja, der ist so ein bisschen der imperiale Zeigefinger, um den Planeten zu sagen, benehmt euch sonst. Und Darth Vader ist tot. Darth Vader ist tot, genau. Da haben sie Maske abgenommen und danach war es eine gedützete Kartoffel und das geht ihm nicht. Das war überraschenderweise weder der britische Bodybuilder noch James Earl Jones, der ihm die Stimme gegeben hat, sondern das war der Schauspieler Sebastian Shaw. Sebastian? Ich glaube, Sebastian Shaw, ja. Zu viel Sebastian. Und jetzt im Aktuellen ist der Sohn des Darth Vader aktiv. Oder irgendeine Familie. Luke Skywalker ist der Sohn des Darth Vader. Ja, sagt er ja. Das war knapp. Sagt er ja, wie in dem bekannten Satz. Der wird ja auch mal falsch wiedergeben. Ich bin dein Vater, sagt er ja gar nicht, ne? Nee, er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater. Das falsche Zitat ist immer, Luke, ich bin dein Vater. Er sagt, nein, ich bin dein Vater. Ah, okay, nur das Ding. Also, es ist im Wort. Weil Luke sagt, mein Vater ist tot oder irgendwas. Genau, im Wortwechsel sagt Luke Skywalker, you killed my father. Und er sagt, no, I am your father. Und daraufhin antwortet Luke Skywalker, no! Search your feelings, you know it to be true. Sagt er nicht, flieht, ihr Narren! Und fällt dann runter? Das war Harry Potter. Ich habe letztlich ziemlich gesehen, den Herr der Ringe. Gar nicht schlecht gealtert, muss ich sagen. Echt? Im Vergleich zu Swordfish, der ganz schön schlecht gealtert ist. Vergleichst er aber auch. Naja, es sind beides so eine epischen Sagendinger. Äpfel mit Schwertfischen. Entweder bohrt hier jemand oder saugt durch die Wand. Heute Morgen habe ich das Gefühl gehabt, dass halt irgendwer mit einem Kärcher bei euch die Fugen reinigt. Müllmänner nehmen eigentlich immer nur die Dinger weg. Und da war es so, dass ich dachte, was machen die denn da? Ja, möglich. Beziehungsweise ist das schon länger, dass dein Pool da unten so umrahmt ist mit Zement? Ja. Okay, dann habe ich das eben erst. Ah, du meinst den ganzen Bereich? Ja. Ich habe vorhin gedacht so, hä? Warum haben die denn alles frisch gemacht und diese alte Plastikwanne da noch drin gelassen? Ja, das stand nicht im Auftrag. Ja, das stimmt. Aber das könnte man doch auch schön machen. Oder beziehungsweise alles andere ist es. Ja, naja, du nimmst es halt einfach raus und pflanzt da was hin. Also, das ist ja die Lösung. Ja, oder nimmst du einfach da rauf und wartest, dann stehen da tausend Eschen wahrscheinlich. Ja, ich meine, es ist ja kein großes Kunststück, da was zu machen, außer einem 2x2-Meter-Pool. Naja, auf jeden Fall, was Imperium ist besiegt. Die Bösen sind weg. Aber nur kurz, denn sie kommen zurück in Neonazi-Form als The First Order. Nicht zu vergleichen mit der New World Order. Ja, oder The New Order oder Cure. Manchmal auch The Cure oder New Order, aber größtenteils die Smiths. Fahren Urlaub? Sagt ihm nichts. Deutsch-Punk aus den 90ern oder was? Ein bisschen später. Hat er kurz mal nicht für die Ärzte gesungen. Und Han Solos Sohn? Ben Solo? Oder wie er sich selber nennt, Kylo Ren bringt ja Han Solo. Er nennt sich selber Kylo Ren. Ja. Kriegt man dann nicht irgendwie als Elternteil echt Haare auf der Zähne und schlicht den Kind in den Nacken? Deswegen hat er ja auch Han Solo umgebracht. Wegen des Nackenschlags. Oder halt einfach zu Dolden schlagen. Du wirst mir nie wieder in den Nacken schlagen. Achso, der Sonomon. Ja. Genau, in Last Jedi, um es mal kurz zusammenzufassen, die Rebellen wurden ziemlich eingestampft. Und Last Jedi war der siebte. Achte. Also was jetzt kurz davor passiert ist. Ja, ich dachte fast sieben und acht nochmal zusammen, weil ich sie ja auch nur einmal. Ja, in sieben ist nichts passiert. Es ist nichts beeindruckendes passiert. Ja, der zwei, die haben... Ist sie denn jetzt offiziell jeder Jedi-Gamer geworden? Ja, sie geht, nachdem sie mit Kylo Ren kämpft und weiß, dass sie die Macht hat, geht sie in Lehre bei Luke Skywalker. Das passiert im achten Teil. Ah, okay. Die letzte Szene im siebten Teil ist, wie sie ihm sein Lichtschwert wiedergibt. Ah, okay. Hier hast du verloren, Dankeschön. Genau, die erste Szene im achten ist, wie er es wegwirft. Gut aufgepasst dafür. Luke Skywalker hat keinen Bock mehr, ein Jedi zu sein. Er hat keine Lust oder kein Interesse daran, sie zu unterrichten. Er hat diese ganze Lehre aufgegeben. Er lebt halt nur noch so den Rest seiner Tage allein auf einer Insel. Warum? Also Jedi bedeutet ja nicht nur kämpfen, sondern ist doch auch wie so ein Zen-Buddha, dass man sagt, finde ich gut, mache ich mein Leben lang. Seine These ist, Kylo Ren war sein Schüler. Der sein Sohn war? Nee, sein Neffe. Neffe. Der Sohn von Lea und Han Solo. Und Lea ist ja, also die Schauspielerin ist ja gestorben, weil die Mutter gestorben ist. Nee, die Mutter ist gestorben. Ja, ja. Ein paar Tage nachdem die Kylo Fischer gestorben ist. Ja, das war irgendwie krass. Ja, also, das war sicherlich einer der Gründe. Und sie hat auch zugegeben, dass sie damals in den Originalteilen was mit Harrison Ford hatte, weil, hallo, Harrison Ford, knick, knack. Oh, da gibt's, ja, da gibt's auch, da gibt's auch, ja, 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 Geschichten. Harrison Ford, der damals verheiratet war, die waren irgendwie auf so einer Rap-Party oder einer Party zwischendrin von Star Wars. Rap oder It's a Rap. It's a Rap. Also, entweder war es halt die Abschlussparty oder es war halt einfach zwischendrin, wo sie sich zum Trinken getroffen haben. Und Carrie Fisher war ziemlich betrunken. So wie auf dem Weihnachtsspecial. Ja, oder wahrscheinlich noch drauf auf anderen Sachen. Carrie Fisher hat ja eine Zeit lang alles in sich reingeworfen. Ähm, ja, ja, ja. Also, die war ziemlich böse abhängig irgendwie, oder was? Ja. Weil danach nichts mehr kam und sie so ein Loch gefallen hat. Nee, sie hat dann nachher einfach ganz andere Sachen gemacht. Sie wollte auch nie eigentlich nur Schauspielerin werden. Ähm, sie hat auch Bücher geschrieben. Also, das hat sie viel eher gemacht. Ja. Ähm, und, äh, sie hat halt einfach, er war halt einfach total drauf und plötzlich fingen halt so ganz viele Typen an, sie anzugraben auf dieser Party. Auf der Weihnachtsfeier? Ja. Und, äh, Han Solo, also, da hat sie gerettet. Ja, Harrison Ford kam dann halt ganz langsam und meinte so, ey, du bist gerade nicht in der Position, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Nimm sie zur Seite und er macht dann mit dir rum. Gentlemen. Ne? Äh, äh, also, ne, und in allem, sie war halt 20, er Mitte 30 und verheiratet. Ja, also, nicht unbedingt eine, äh, ja. Vielleicht haben die noch auf eine Ehe geführt. Hm, ich, 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 ich glaube nicht. Also, also, Carrie Fisher hat ihre Autobiografie kurz vorher veröffentlicht, also kurz vor ihrem Tod, ähm, wo auch ein bisschen was dazu drin stand. Ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen, aber es ist wohl, der Tenor, also, sie wollte halt unbedingt mehr von Harrison Ford. Er hat sich nicht so ganz geäußert. Es war aber auch, äh, es war nicht so, dass es nur sexuell war zwischen den beiden. Ja, ich denke mal, vorher und nachher war es halt auch einfach noch Freundschaft noch, also, danach wahrscheinlich ein bisschen strange, aber vorher halt schon. Naja, ähm. Ja, aber das war, das war die, äh, hat so die ganze Backstory, ne, davon. Äh, deswegen auch passend dieser berühmte Satz aus Das Imperium schlägt zurück, wenn sie sagt, ich liebe dich und er sagt, ich weiß. Ich weiß, ja. Was er improvisiert hat. Also, es stand nicht, im, im Skrift stand, glaube ich, gar nichts, aber das ist so die, das Bezeichnende für die, äh, Romanzer zwischen die beiden. Ja, naja, ne. Ähm. Und, äh, wo war ich denn gerade, genau, ähm, Luke Skywalker hat halt seinen, hat den Sohn von Han Solo und äh, Prinzessin Leia ausgebildet und der ist halt offensichtlich zu einem irren, äh, ja, Darth Vader Nachfolger geworden. Weil das halt in den Gen steckt und irgendwann kommt immer wieder das Böse hoch. Naja, äh, ich, ich spoiler jetzt mal ein bisschen für Last Jedi, einen Film, der zwei erreicht. Ich glaube, da tust du mir, also, das werde ich eh verlassen. Ja, Luke Skywalker sagt immer, er hat, er hat gemerkt, wie, äh, er mit, äh, wie Kylo Ren mit irgendjemand anderem redet, mit, äh, jemandem von der dunklen Seite und wollte ihm das verbieten und, äh, er hat es aber nicht geschafft und dann ist Kylo Ren irgendwann durchgedreht, hat alles, äh, eingerissen und den Orden verlassen. So ein bisschen wie sein Vater. Und das war das Ende des Ordens. So, und, ähm, Rey. Wie Anakin, der war da auch so ein Brummelkopf. Ja, Rey, die Hauptdarstellerin, redet dann mit Kylo Ren. Rey. Rey, Rey. Über lange Distanz. Da, okay. Ähm, weil die beiden von so einer Vision zusammengebracht werden. Das ist ein geiler Name für einen Kater, fällt mir gerade ein. Rey. Rey, Rey. Ja, so ein richtig fetter, roter Kater. Ja, aber du hast immer gleich so eine Ghostbusters-Assoziation. So ein Chonk. Chonk? Chonk. Das ist ein Chonk. Chonk. Also so ein Moppelkater. Moppelkater. Chonk. Aber nicht diese bösen Folgedingsten, die nicht mehr mit dem Füßen auf den Boden kommen. Nee, nein, aber so ein Kaventsmann. Ein Kaventsmann. Das ist Rey Kaventsmann. Boah, geil. Kriegt auch immer so ein kleines Namensschildchen. Ups. Naja, und Kylo Ren verrät dir halt den anderen Teil der Geschichte, den Luke ihr nicht verraten hat, nämlich, dass Luke ihn im Schlaf umbringen wollte. Schön, ich hab gerade schon wieder, ich war so bei Rey. Also Kylo Ren, der Schurke der neuen Teile. Der sich selber Kylo Ren nennt, aber der eigentlich der Sohn ist von Han Solo und Prinzessin Leia. Wow, ich bin voll Drehende. Und als Luke gemerkt hat, ihm gut zureden hilft nicht, wollte er ihn im Schlaf umbringen und stand mit gezücktem Lichtschwert über seinem Bett. Und gut, das ist so klassisch in der Köln. Daraufhin ist er durchgedreht und abgehauen. Achso, er hat da Panik gehabt. Er hat gesagt, ich will nicht mehr, weil hier mein Neffe mich umbringt. Mein Onkel. Ich dachte, Luke ist abgehauen. Nein, Luke stand über dem Bett von Kylo Ren und wollte seinen Teenager-Neffen umbringen. Achso, warum das denn? Weil Luke gedacht hat, er kann ihm nicht gut zureden und er kann nicht verantworten, dass es noch einen Darth Vader gibt, lieber bringt er ihn im Schlaf um. Also weil er so ein bisschen das Gefühl hat, er kennt das von seinem Vater und dann lieber Matsch machen als, aber in dem Moment wird er ja selber zum Bösen, wenn er Böses tut. Ja, aber er dachte, das ist halt besser für alle. Macht er dann auch so Harakiri? Nee, Luke wollte ihn umbringen, hat sich im letzten Moment nochmal anders überlegt. sagt er, aber Kylo Ren ist aufgewacht und sieht ihn mit dem gezückten Lichtschwert über seinem Bett stehen. Aber er macht nichts. Ja, aber jemand steht mit einem Schwert, also ne. Ne, vielleicht fängt da gerade der Prozess an, okay, mach ich's, mach ich's nicht. Und er denkt nur, oh Gott, er bringt mich um und er denkt, wieso, ich hab gerade schon entschieden, dass ich nichts mache. Guck mal, ich mach das Licht sogar aus. Ja, klassischer, ich mach das Licht aus, mach wieder ein bisschen beruhigende Musik an und wir beide tun so, als sei nichts passiert, wie in der katholischen Kirche. Hat er nicht als Jedi oder Jedi-Meister diese Möglichkeit, zu seinem Neffen zu sagen, das hast du nie mitgekriegt? Das funktioniert nur bei denen, die einen schwachen Verstand haben. Und das hat Kylo Ren nicht? Ja, bei anderen Jedi funktioniert's nicht. Ren? Naja, auf jeden Fall, deswegen ist Kylo Ren böse geworden. Der First Order gehorcht jetzt alleine noch ihm. Wer ist denn the First Order? Das ist der Nachfolger des Imperiums, das sind die Neonazis. Achso, die alle in diesen schrecklich braunen DDR-Kostümen. Nee, die haben jetzt schickere Kostüme. Ich meine, aber die sind halt nicht danach bekehrt worden, sagen, oh, war ja alles doof. Und irgendwelche Jedis haben gesagt, ihr seid jetzt alle gute Menschen, sondern die haben geklüngelt, die ganze Zeit den Scheiß gemacht und jetzt sind sie alle grimmig. Unsere Kostüme sind jetzt alle cool und schwarz. Und die sagen, die da oben, die wollen uns bla bla und haben bloß noch keinen richtigen Führer. Ja, den hatten sie schon, aber den hat Kylo Ren und Rey umgebracht, gemeinsam. Kylo Ren und Rey? Genau, haben gemeinsam den, die Frau, die Hauptdarstellerin, haben versucht. Hast du die vorgestellt dann? Ja, mehrfach. Und Rey dachte daraufhin, na super, wenn Kylo Ren quasi den neuen Imperator umgebracht hat, ist er ja jetzt gut. Und Kylo Ren hat gesagt, wenn ein neuer Imperator weg ist, bin ich der neue, neue Imperator. Der König ist tot, das lebe der König. Ja, mit der, weil es ein Kinderfilm ist, ist es nur impliziert, aber so wie Kylo Ren mit ihr redet, ist die impliziert. Weil es ein Kinderfilm ist? Aber das Ganze ist doch verschrecklich, was du beschreibst. Das ist für sechs hier, das ist ab sechs freigegeben. Mit Tod und Döde. Und deswegen ist es nur impliziert, aber was Kylo Ren zu ihr sagt, ist sinngemäß, zusammen können wir eine neue Herrenrasse aus Jedi züchten. Wow. Also es ist, diese, ja, aber diese sexuellen Untertöne sind halt schon einfach da bei ihm. Nicht nur sexuell, sondern halt auch Nazi-Scheiß. Ja, we can rule the universe, together. Ähm, naja. Das hat Anakin ja damals auch mit Leia immer, wie sie... Ja, aber das ist, und jetzt stell dir vor, die sind beide Jedi. Also, das ist, ja, das merkt man bei Adam Drivers Performance auf jeden Fall. Wann ist denn Rey böse geworden? Gar nicht. Achso, die... Nein, sie ist dann halt gegangen. Okay. So, und jetzt stehen sie sich beide im letzten Teil gegenüber. Und Luke Skywalker... Ach, ihr, ihre Ex und sie kommen... Genau. Und Luke Skywalker ist... Der ist ja abgehauen. ...gestorben. Wann? Hat sich aufgelöst, am Ende vom letzten Teil. Wie, einfach aufgelöst? Nein, äh, am Ende, äh, ich fasse es mal ganz kurz in einer Minute zusammen. Luke Skywalker hat immer gesagt zu Rey, er kann keine anderen Jedi unterrichten, dass alle immer sagen, er sei der große Held, stimmt nicht. Was soll er denn machen? Alleine gegen den First Order kämpfen. Und am Ende steht der First Order vor der Rebellenbasis und da steht Luke Skywalker alleine. So wie er es gesagt hat. Genau, so wie er es gesagt hat, zieht das Schwert. Die feuern alles, was sie haben, auf ihn und nichts passiert. Also steigt Kylo Ren aus und Kylo Ren kann kaum mit Luke Skywalker mithalten. Als er ihn aber dann doch trifft, stellt er fest, dass sein Lichtschwert einfach durch ihn durchgeht. Aber geht ein Lichtschwert dann nicht generell immer durch? Nein, aber durch ihn durch wie durch einen Geist. Achso, er ist schon längst nicht mehr da. Luke Skywalker ist nur noch eine Projektion und löst sich dann auf seinem Planeten auf. Er hat sich halt nur dahin projiziert, um den Rebellen genug Zeit zu verschaffen, dass sie fliehen können. Oh. So, und da ist gerade der Ende der letzte Teil. Der achte. Ja. Dirk ist ein bisschen mitgenommen. Nein, ich versuche das alles zusammen zu tun. Das ist wie so viel. Aber wir haben noch ungefähr drei Minuten, dann ist die Stunde voll. Also wenn ich das nochmal zusammen... Also dieser Punkt, dass Han Solo und Prinzessin Leia da ein Kind gemacht haben. Aber jetzt muss ich ihm erklären, wie das Kind... Okay, also... Und das Kind... Wenn Han Solo und Prinzessin Leia sich... Das Kind sollte... Wieso sollte das überhaupt zum Jedi ausgebildet werden? Muss es dann nicht vorher mal getestet werden, ob es überhaupt die Veranlagung hat? Es ist offensichtlich erblich, die Macht. Ja, aber Prinzessin Leia ist kein Jedi, Han Solo ist kein Jedi... Ja, Han Solo gehört auch nicht zur Familie. Ja, aber Han Solo hat doch das Kind gemacht mit Prinzessin Leia. Ah, du meinst... Ja, jetzt verstehe ich. Prinzessin Leia, aber ja. Ja, aber sie war kein Jedi? Doch. Sie ist... Sie spürt die Dinge. Sie ist halt nur... Sie hat nur kein Lichtschwert, aber ansonsten... Kann sie gut Alkohol trinken? Ja. Okay. Jedenfalls gab es dann halt dieses Kind, das dann halt vom Hohen Rat... Man könnte auch sagen, von irgendwie so einer bösen Kultur gezwungen wurde... Schon das und das wirst du. Wo man ja klar sagen kann, dann kann das ja nur böse werden. Und dann hat dann halt Luke Skywalker gesagt... Alles klar, dann gehe ich mit dem in die erste Klasse, probiere hier mal... Hier, was sind das für Bauklötze? Und der sagte... Ich hasse euch. Und er dachte, oh scheiße, das kenne ich von meinem Vater. Wenn der schläft, dann bohre ich dem mal ordentlich so ein Laserschwert rein. Der wacht auf, denkt so... Alter, mein Onkel, der Wichser, will mich umbringen. Ich hasse nicht nur... Ich hasse alle. Und ich gehe mal hier zu den alten Nazis von... Von meinem Großvater. Ja. Und wer hat deren Anführer... Wer hat den denn dann zum Jedi oder bösen Jedi oder Sith Lord oder wie das heißt ausgebildet? Das war quasi der neue Imperator. Supreme Leader Snoke. Der ist halt auch so ein böser Jedi und der konnte den ausbilden. Er hat gesagt, Mensch, du bist ja viel geiler. Seine Ausbildung beenden. Er war ja schon ein paar Jahre ein Lehrer bei Luke Skywalker. Und dann hat er gesagt, alles klar, wir machen alle platt. Und dann zum Schluss kam nochmal... Sein Onkel hat gesagt, hier, nein. Und dann macht die ihn platt. Und dann meinte er, oh, der ist... Warte mal, die haben uns verarscht. Der hat nur, damit wir... Und so. Und ja, wie geht's jetzt aus? Also ich denke mal, wenn's... Abschließen. Gibt's den Han Solo denn noch? Nein, der wurde in Teil 7 ermordet. Auf Harrison Fords Wunsch hin. Und Prinzessin Leia gibt's ja auch nicht mehr. Die ist ja auch schon tot. Also sie ist Schauspieler. Aber sie spielt wohl noch mit anhand... Also sie ist auch im Trailer zu sehen. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Sie haben einfach... Schauspieler ist doch tot. Ja, aber sie hatten schon relativ viel von 7 und 8 mit ihr gedreht. Und einfach Szenen nicht verwendet. Okay. Und sie haben das wohl so gedreht, um ihr einen emotionalen Abschied zu geben. Als Figur. Und dann wird's wahrscheinlich sein, dass sie dann nochmal sagt, Sohnemann, hör mal auf. Ich bin jetzt von der Mama-Seite ein bisschen emotionaler und sag hier, das ist keine gute Idee. Und er sagt, ist mir scheißegal. Und aus Versehen bringt er seine Mama um. Und somit haben sie die ja, die eh schon tot ist, auch dann tot. Und dann muss... Warte mal. Ich hab durch die sozialen Medien noch was bekommen, mitgekriegt, was wir hier nicht gethematisiert haben. Wo ist denn Baby Yoda? Oder wer ist denn das? Hat Yoda sich... Hat Yoda mit so einem Ewok? Oder was ist das? Das ist eine ganz andere Serie, die nach der Original-Trilogie spielt. Weil sonst hätte ich gedacht, ist Yoda eigentlich schon tot? Ja. Ah, wer ist denn noch da, der lebt, der gut ist? Naja, Finn. Also der schwarze Stormtrooper. Achso, den ich nicht so gut kenne. Genau, und dann gibt's noch Poe Dameron, der von Oscar Isaac gespielt wird. Bekannt aus Ex Machina zum Beispiel. Was hat denn der in den Originalen gemacht oder in den letzten? Der ist Pilot, der ist quasi Anführer der Fliegerstaffel der Rebellen. Der ist so ein bisschen der neue Han Solo, der Draufgänger, der Rebell. Gibt's die Yoda-Dame, Jedi-Dame noch, die Britin, die aus dem siebten Teil da aus? Ja, Rey. Ach, das ist ja die Rey. Ja, kann die nicht hier ihren, wer ist das? Gibt's da irgendwelche Zusammenhänge? Ist das nicht ihr Ex oder was? Hatten die nicht was miteinander? Was? Der böse Anführer jetzt und Rey hat ein Haus miteinander, oder? Nein, wie gesagt, das ist impliziert, dass er es will, aber ... Ja, aber okay, sie weiß, dass er wollte. Und könnte sie dann nicht, à la Prinzessin Leia, als sie mit Anakin ... Ah, sie verführt ihn wie in einem Bugs Bunny Comic. Huhu, und sie malt den Hyperspace-Tunnel auf die Wand. Ja, oder sie redet wie Prinzessin Leia mit Anakin in den Prequels. Das ist ja von wegen, hier, überleg doch mal, du bist ja wahnsinnig, komm mal runter. Äh, so. Also, natürlich wird's wieder nicht durch ein Gespräch erklärt, aber vielleicht ... Ich wollte grad sagen, was für ein Ende von Star Wars ist, durch ein Gespräch zu klären. Aber vielleicht versucht sie es und sagt's von wegen, ich bin eh besser als du, weil ich bin Jedi und ich bin lieb. Und du bist böse und bist ein Sith oder sowas. Und, ähm ... Jetzt kommt er mit Fachausdrücken. Mit meiner, äh, dreiläufigen Kanone. Ähm, und dann sagt er, lass mich in Ruhe und zieht die Waffe und bedroht sie und will Angst schüren. Und sie sagt, alter Finne, und holt dann halt ihr Laser-Ding raus. Angst hab ich schon lange nicht mehr. Und dann greift er sie an und dann sagt sie, ich will das nicht, klassisch, weil ich eh besser bin. Und dann bringt sie ihn um, im neunten Teil. Was sagst du? Wurde ich, unterschreibe ich so. Ehrlich? Glaubst du's auch? Nee. Oh Mann, der war mir so voll gut. Was glaubst du denn? Ich glaube, Kylo Ren bekommt zum Schluss nochmal einen Sinneswandel, merkt, dass es zu spät ist und stirbt dann. Indem er irgendwas Heroisches tut. Harakiri. Nee, er, weiß ich nicht, wirft sich halt zurück, um jemand anderen umzubringen. Also, ich glaube schon, dass er noch ... Wie gesagt, also wie Darth Vader ja auch. Am Ende bekommt er einen Sinneswandel. Und stirbt dann, weil's zu spät ist, dafür, dass er als Lebender geläutert ist. Meinst du, dass Rey auch drauf geht? Nee, Rey überlebt, Finn überlebt. Ich glaube, Poe Dameron stirbt. Also der Neue, der Draufgänger, Oscar Isaac. Draufgänger gehen eh mal drauf. Ja, eben. Draufgänger ja auch. Ich würde auch vermuten, dass tatsächlich Leia nicht stirbt als Figur. Okay. Sondern, dass sie einfach da, also wenn, dass sie sich vielleicht auch so ein bisschen auflöst. Ich glaube, Luke Skywalker kommt als Geist wieder. Aber dann nochmal alle, Yoda und Anakin. Yoda, ja. Ja, Anakin war da. Womöglich, womöglich, womöglich. Ja. Und dann ab Ende März können wir alle Baby-Yoda in Europa sehen. Was war das? Dann gibt's Disney Plus. Ach, das ist eine Serie, oder was? Es geht nur um Yoda, wie er groß wird und zu dem. Nein, es geht eigentlich um Kopfgeldjäger und Baby-Yoda ist nur so eine kleine Nebenfigur, aber der ist natürlich zum Internet-Hit geworden, weil er aussieht wie eine kleine haarlose Katze mit Riesenohren. Ja, oder wie Baby-Yoda. Oder wie Baby-Yoda. Der niemals sprechen lernt. Ja. Mich sie nicht sprechen dürfen hier. Das ist Jar Jar Binks. Ach so. Aber der hat doch auch immer so eine Fehler gehabt beim Reden. Hm, Fehler beim Reden gehabt, der hat. So, das meine ich. Gut, das war Star Wars für euch. Ja, ich bin voll drin jetzt. Jetzt will ich ihn aber sehen. Den Teil, den ich überhaupt nicht verstehe. Wann ist der in den Kinos? Ich glaube, das gilt für jeden Teil. Uh, der zweite Jumanji hat wieder bester Film aller Zeiten mit den Box-Office-Daten gekillt. Die ganzen Dwayne-Johnson-Filme werden halt immer so eine bösen Best-Ranking-Dinger vom Finanziellen her. Ich weiß nicht, was der macht, aber der macht auch einen Mörder-Promo. Also der ist ja dann immer so ein Jahr auf der Promotour und seine ganzen sozialen Netzwerke platzen aus allen Nähten. Naja. Aber das kriegt er hin. Ja. Und trinkt halt überall sein Tequila. Das ist eigentlich nur so ein Rauschpfad. Tequila. Tequila baut also Muskeln auf wegen der ganzen Proteine aus der Algarve. Oh, meine Brustmuskulatur, ey. Die schmerzen auch so dermaßen. Meine Beine gehen an. Ich habe mit Schlimmeren gerechnet, aber morgen werde ich mich mal wieder an die Wand schwingen. Juhu. Bis dahin. Wir waren. Fürnüsse at gmail.com für weitere Fragen. Oder fürnüsseport auf Twitter. Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf jedem YouTube-Kanal. Oder Podcast-Apps aus der Spotify. Ja, Spotify, da sind wir ja noch dran, aber da sind wir dran. Ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht ändern, weil das ist der EWE-Gag, dass wir da dran sind. In diesem Sinne, möge die Nuss mit euch sein. Klassisches Star-Wars-Geräusch. Oh Mann, was soll ich denn machen? Oder was?